so liebe freunde von mir von hier ja mein kumpel der kamera hat mich mal wie weihnachten üblich schädlich allein gelassen tja dann geht ihm eben halt dieser leckere tropfen verloren stuttis glühbier haben wir drauf ich habe jetzt zauberhafte begleitung geholt die jetzt die kamera hält sieht eigentlich viel besser aus als mein kumpel hinter der kamera vielleicht sollte ich mal eben überlegen ob er sich vielleicht mal eine neue frisur macht okay zwar jetzt gemein ja aber wir wollen über das reden über das wir ein bisschen ahnung haben und zwar über bier stuttis glühbier aus dormagen also zumindest die äpfel sind aus dormagen vom lathurshof hausbräuerei zum stuchspecht deswegen ist ja auch hier die wintermütze und ist halt sehr comichaft ich weiß leider nicht wo stütti es herstellt oder herstellen lässt das kann ich nicht sagen weil die bauerei in dormagen existiert nicht mehr sondern wir haben noch eine postfachadresse und internet zeigt man drauf stuttis glühbier pilz gerstenmals hopfen apfelsaft zucker zitronensaft rum und gewürze zimt nelke stern anis jetzt bin ich mir nicht sicher ob man das ganze überhaupt dann auch bier nennen darf steuerlich weil er im zucker mit drin ist gut wir wollen es jetzt mal nicht über die steuersache rauslassen es ist auf jeden fall ein naturtrübes ich hoffe das kann man erkennen also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein ich habe ein bisschen geschüttelt in der hoffnung dass mir jetzt nicht alles über den tisch läuft das hatten wir schon mal ja wir erinnern uns ne also bin ich etwas vorsichtiger es zischt okay es tropft nichts mehr so haben wir ein weihnachtsglas dazu für die begleitung die die kamera hält und in alter tradition einen kug noch von der dormagener aktienbrauerei beziehungsweise der nachfolger der gadekölsch ag die hausatz 2000 nicht mehr existierten auch die marke wird nicht mehr hergestellt und dann testen wir jetzt mal glühbier ob das jetzt glühwein sein soll ob man das jetzt warm machen sollte bin ich jetzt echt überfragt ich vermute mal das geht so richtung apfel zieht oder das was die franzosen immer gerne trinken 4,8 prozent alkohol mehr gibt uns das etikett wie gerade vorgelesen leider auch nicht her wir werden es mal testen also wir riechen ja das riecht wie apfelsaft riecht ein bisschen nach bratapfel die klassische bratapfel marmelade ich möchte jetzt ein bisschen angeben die von meiner schwester ist so ziemlich selbst gemacht die beste und noch habe ich welche aber nein die präsentiere ich jetzt nicht sondern wir bleiben bei stütis glühbier also riecht nach bratapfel und dann wollen wir probieren schmecken so wie man sich einen saft vorstellt mit einer leicht alkoholischen note die zum abgang runter geht wird durch die süße der äpfel abgedeckt aber es ist nicht unangenehm süß aber trotzdem ein bisschen klebrig das liegt einfach an dem apfelsaft an sich ich bin auch nicht sicher ob die äpfel jetzt mit vergoren werden oder ob die auch nur dazugesetzt werden das stimmt auch hier nicht deutlich ja gut hier steht apfelsaft das heißt der apfelsaft wird dazugesetzt schade wäre man experimente man schütte mal zu fragen ob es möglich ist einfach die äpfel mit zu vergehen und mal gucken was dann für ein geschmack bei rumkommt wobei dann kann das ganze natürlich alkohol mäßig ein bisschen höher gehen und vom geschmack auch ein ganzes stück bitterer werden das werden wir vielleicht mal irgendwann herausfinden können auf ich würde sagen ja kann man trinken wenn man das jetzt mal bekommen hat hat man es nicht bekommen ist es halt sehr apfelsaft lastig und daher spare ich mir jetzt die 10er skala weil es ist ja eigentlich kein richtiges bier eigentlich ist es eher apfelsaft den man kalt warm genießen kann nur ein schuss alkohol drin wobei mir gerade eigentlich der gedanke gekommen ist das hätte man auch super zu silvester trinken können wenn es irgendwie elendig kalt ist und man steht draußen und trinkt glühwein dann einfach sagt ne komm gib mir einen davon ne das beste getrinkt dafür dann kann man das auch etwas wärmer genießen ja soviel zum bestimmtes glühbeer falls ihr es probiert habt schreibt es in die kommentare ansonsten prost und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal